Heute mal ein richtig ungewöhnliches 360 Grad Video und 360 Grad ist auch schon das Stichwort, denn hier in dem Linde H80 Gabelstapler hat man die perfekte 360 Grad Rundumsicht und die braucht man auch, weil man muss natürlich schauen wo man mit seiner Last hinfällt. 13 Tonnen ungefähr wiegt der H80 und kann 8 Tonnen heben. Ansonsten ist das hier ziemlich komfortabel. Man hat einen komfortablen Sitz, ein kleines Lenkrad mit einem Lenknauf, dazu eine Klimaanlage, hier oben Radio und das Control Panel für Licht. Dazu gibt es nur zwei Pedale vorwärts, rückwärts und in der Mitte das Stoppedal, also eigentlich drei Pedale. Ansonsten hier ist die Kontrolleinheit für den Lift. Insgesamt ist das eine richtig komfortable Kiste und 125.000 Euro kostet der, hat 115 PS und hat rasante 23 kmh. Also in der 30er-Zone ist man damit nicht so schnell.